Mobilität messbar machen, das ist die große Stärke der Sportmed AG. Wie aus dem Namen abzuleiten ist, ist es dem Unternehmen gelungen, mit seinen innovativen Produkten eine Brücke zwischen den beiden Märkten Sport und Medizin zu schlagen. Sportmed macht seit 14 Jahren Technologie und Lösungen für Sport und Prävention, als auch für Medizin. Und wir haben das mittlerweile in eigenen Produkten ausgedrückt, die Sie hier mit MobiFit für die Sportwelt und mit MobiMed für die Weltmedizin sehen können. Speziell für den Sportbereich konzipierte der Hersteller Sportmed ein innovatives Messsystem zur Erfassung der menschlichen Beweglichkeit. Dank der Verwendung höchst präziser Sensortechnik wird es möglich, den Beweglichkeitsstatus der Mitglieder mittels eines handlichen Messgerätes exakt und reproduzierbar zu erheben. Zwei Jahre nach der offiziellen Markteinführung ist die Entwicklung mehr als positiv. Nun wurde auf der FIBO ein weiterer wichtiger strategischer Schritt bekannt gegeben. MobiFit ist dabei, sich als Standard der Beweglichkeitserfassung zu etablieren. Und wir freuen uns ganz besonders, ab diesem Monat mit unserem Partner Flex Rückgratkonzept zu kooperieren. Die Firma Flex Rückgratkonzept wird den Vertrieb für Deutschland des Produktes MobiFit exklusiv übernehmen. Damit tun sich zwei starke Partner in Sachen Beweglichkeit zusammen. Flex trainiert Beweglichkeit, verbessert Beweglichkeit. Wir erfassen Beweglichkeit, also somit inhaltlich absolut sinnvoll auch zu kooperieren. Eine Verbindung, von der zukünftig vor allem die Studiobetreiber profitieren werden. Mitglieder mit Bewegungsdefiziten können ab sofort mit einem stimmigen, dreistufigen Gesamtkonzept betreut werden. Der Kunde kommt zu Ihnen und Sie können mit MobiFit aufzeigen, wo die Defizite liegen. Die Stärke liegt in der Visualisierung. Sie können ein Problembewusstsein schaffen, die Folgen einseitiger Bewegungsgewohnheiten im Alltag visualisieren und dementsprechend die Sinnhaftigkeit des Trainings an den Flexgeräten dem Kunden deutlich machen. Der zweite Schritt besteht dann im Training natürlich und der dritte Schritt in der Volksdokumentation über MobiFit. Analog zum Sportbereich wurde ein zweites Messverfahren speziell für den medizinisch-therapeutischen Bereich entwickelt. MobiFit ist ein modernes Diagnostikinstrument zur schnellen und präzisen Vermessung von Gelenksbeweglichkeiten. Der Messprozess zeichnet sich ebenfalls vor allem durch seine schnelle und unkomplizierte Durchführbarkeit aus. Das Messgerät wird an einer vorgegebenen Stelle am Körper platziert und dann wird eine definierte Bewegung ausgeführt. Die Daten werden parallel vom Messgerät an den PC gesendet. Damit können wir dann den Bewegungsumfang feststellen, live sehen und die Daten werden natürlich automatisiert gespeichert, damit sie später für eine umfangreiche Auswertung zur Verfügung stehen. Die Messdaten werden per Funk an einen Laptop oder PC übertragen und auf dem Bildschirm in Echtzeit grafisch dargestellt sowie zur weiteren Verlaufsdokumentation abgespeichert. Zeitaufwendige handschriftliche Dokumentation gehört dank dieser innovativen Technik somit endgültig der Vergangenheit an.